Und suchen einen Kett. Hier ist ein verblasstes Schild. Ich glaube, der Hühnerwald war auch nicht da, als wir den gelegt haben. Wenn man ihn genauer anguckt, wird man sehen. Ah, ist er reingeklebt. Und wenn man schön hier, dann haben andere auch noch Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017